Tschüss Roller Gut gemacht I will miss you Hi Leute, ich habe mir gerade diesen Scooter hier ausgeliehen und da ist mir das hier ins Auge gesprungen, wo ich gerade vorbeigefahren bin Da macht einer aus so Metallresten richtig coole Figuren, schweißt sie zusammen Da zum Beispiel Alien und Predators und alles Die sind richtig groß, schau ich mal an Wow, und so viele gibt es davon jetzt hier Geil So Leute, ich habe jetzt ein Ziel rausgesucht, wir fahren zum Big Buddha So, nochmal schönes Meer Das erste Mal, dass ich das Meer sehe, seitdem ich auf der Insel bin Und in die Richtung geht es jetzt weiter Das ist auf so einer kleinen Quasi-Insel Ich sehe ihn schon von hier Da hinten ist er Da gehen wir jetzt hin So, ich bin oben, aber die renovieren gerade alle Ah, es sieht trotzdem cool aus Riesiger Butter Wow Ich koche mir wirklich echt winzig vor hier Und da sieht man mal, wie viel Arbeit es ist, sowas zu streichen und alles Die malen ist alles mit so winzigen Quasi-Inseln an Am Ende steht dann sowas da Wow Also Leute, wir sind jetzt da Und jetzt schaue ich mir gerade an, wo könnten wir noch hin Hm Hier sind noch Tempel Und wir schauen uns mal so einen Wasserfall an Darauf hätte ich jetzt gerade Lust Hier bin ich gerade vorbeigefahren und dachte mir, hey komm, schaust du mal den coolen Tempel an Das sieht echt toll aus Alles aus so Ton Ist gerade nur schlechtes Licht So Wow So Voll getankt ist Also geht es gleich wieder weiter So Das ist der Wie sage ich es jetzt richtig Mumifizierte Mönch Den sie hier haben Diese Körperfunktionen irgendwie immer noch funktionieren Oder irgendwie geht da immer noch was, obwohl er schon gestorben ist Wow Genau Also hier steht es nochmal Der modifizierte Mönch Er hat gelebt Bis 1973 Aber ich weiß gar nicht, was ich zu dem Ort hier sagen soll Der ist eigentlich Komplett verrückt Und man kommt sich irgendwie schlecht vor, wenn man den Da filmt Ich komme mir irgendwie schlecht vor Darf habe ich jetzt noch nur kurz Und ich habe hier was Tolles So eine Tonmünze mir geholt Sieht echt toll aus Das ist eine gute Erinnerung Jetzt fahre ich erstmal weiter zu einem Zoo Der hier ganz im Nähe ist Und ein Aquarium Wurde ganz schlecht bewertet So viel dazu schon noch Und Ja, ich schaue einfach mal wie es ist Also dann Leute, ich fahre weiter So, ich bin da Ich habe es endlich gefunden, dass ich mich dreimal verfahren habe mit meinem Roller Jetzt schauen wir mal rein Es wurde zwar geschrieben, dass es nicht so gut sein soll Aber wir geben dem hier mal eine Chance Und schaue Und schaue Und schaue Hi. Ich füße. Hier sind jetzt die Rauchplätzen. Ich habe gleich so ein großes Vertrauen in die thailändische Baukunst mit diesen rostigen Stäben. Na, Löwen sind irgendwie immer so faul, kommt mir vor, aber ist auch ziemlich drückend heiß, die machen es richtig. Na, du... Oh, ein ziemlich kleines Gehege, dafür, dass hier vier Tiger drin sind. Das fällt mir auch insgesamt auf. Ich glaube, das haben die Leute in den Rezessionen gemeint. Einer schrieb, ähm... Oh, die sind wahrlich maesthetisch. So. 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 Da haben manche Landschildkröten bei uns daheim mehr Platz. Ah ihr Armen. Ja, sie kommen. Sieht man das? Ich glaube eher nicht. Ob die zu groß sind, die kleinen Küche. Uiuiuiuiui. Neben drittem Video streichliche Fische. Oh, haut rein. Nein. Es ist alles nass. Wenn Sie die Nummer sehen, wie Sie es sehen, wie Sie es sehen, wie Sie es sehen, wie Sie es sehen. Ich bin hier. Danke, die Rundfunkte. Danke. Alles klar, es ist schon mal bereit. Heute ist es ein Tango. Wir zeigen Ihnen, wie Sie es sehen, Woh, das ist alles klar. Dann können Sie Sie und Sie können Sie und Sie können Sie und Sie können Sie den Schindlin. Und Sie werden Sie haben Sie Vielen Dank! Und jetzt haben wir noch eine gute Idee. Also haben wir noch eine gute Idee. Und sie ist so gut, auch. Das ist alles, dass wir noch mal haben. Okay, das ist sehr gut. Und die letzte Idee ist sehr gut. Und die letzte Idee ist sehr gut. Oh, no. Sie ist sehr gut, aber ich danke. So, wie geht es? Und dann ist es, dass Sie sagen, Sie sagen, Sie wollen. Wir werden es nicht. All right, so, jetzt, Gibt es Wohlflau, da wird es nicht. Sehr gut, Schell. Sehr gut. W Hate es. Schell, Du in deinem Mischel vehicle. Danke schön, danke. Danke, Herr Peter. Wir hoffen, dass die Show wieder was okay. Und wir hoffen, dass wir Sie in diesem Haus sehen. Danke schön, Bye Bye. Bye Bye. Danke schön. Hi, ich war gerade bei der Show. Mit den Vögeln und dieser Ara. Ich will, die hat mich irgendwie ganz komisch angeschaut. Dann bin ich runter gegangen, weil die haben mich aufgerufen. Dann hat er echt mein Alter erraten. Keine Ahnung. Entweder haben die Trainer das auch ungefähr geschätzt und dem das so gesagt. Keine Ahnung, hat irgendwie Duftstoffe auf die Zahlen, weil er hat dann so Karten gehabt, alle Zahlen, die es so gibt. Und die hat er dann zusammen dort auf eine Tafel gehängt. Und dann kamen genau 20 raus. Also das hat mir schon ein bisschen baff gemacht. Und das Sprite hab ich auch gewonnen. Das war bis jetzt das Beste, die Vogelshow. Also... Die haben schon was drauf, die Küche. Also Leute, mein Fazit zum Samui Aquarium Tiger Zoo. Es hat sich gelohnt herzukommen, wegen der Vogelshow allein schon. Die war echt beeindruckend. Und... Ja, die anderen Shows waren auch ganz gut. Also typisch Tiger durch Feuerringe springen lassen und sowas. Wenn man da jetzt nicht ganz auf die Tiere achtet, ist das auch schön. Aber... Ansonsten ist es schon... Alle in so kleinen Käfigen eingepfercht. Und irgendwie schon ein bisschen... Grenzdebil. Also... Tierschützer sollten hier nicht unbedingt hinkommen. Ich zähle mich eigentlich auch dazu. Aber... Ja... Man kann halt nix machen jetzt erst mal. Ansonsten war es ein sehr schöner Ausflug jetzt bis jetzt. Jetzt geh ich noch... Die ganze Strecke eigentlich quasi wieder hoch. Da ist noch ein schöner Tempel. Den schau ich mir nach an. Dann noch den Grandmother & Grandfather Rock. Ja... Das sind so die Sites, die ich mir heute ausgesucht habe. Alle hier so... Schön auf der rechten Seite. Von oben bis unten. Von Koh Samui. Und jetzt geht's wieder hoch. Rom Rom. So, hol ich mal. Bis zum nächsten Mal.